Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es, naja, wenn auch so ein bisschen indirekt um Corona, beziehungsweise um genau zu sein, um das Digitalisieren von QSL-Karten. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich meine A-Lizenz seit 2017, habe so etwa 7000 Funkverbindungen gemacht und so knapp 5000 QSL-Karten verschickt und zurückgekommen sind bisher so knapp 1000 QSL-Karten hier in gedruckter Form. Und das ist eigentlich eine ganz gute Zahl, um jetzt Diplome zu beantragen, die man nur mit gedruckten QSL-Karten beantragen kann, etwa bei der DIG. Wenn man das macht, dann braucht man allerdings eine sogenannte GCR-Liste, da werden zunächst einmal die gesamten Funkverbindungen für das Diplom eingetragen und dann muss man diese Liste zusammen mit den entsprechenden QSL-Karten anderen Funkamateuren vorlegen, die das dann prüfen und abzeichnen und dann schickt man diese abgezeichnete Liste an den Diplom-Manager. Das ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig, weil man soll ja Kontakte vermeiden. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich digitalisiere mal alle meine QSL-Karten und kann die dann vielleicht in digitaler Form übersenden und das Ganze irgendwie so kontaktlos regeln. Und wie ich das Ganze mache, wie ich meine QSL-Karten digitalisiere, das zeige ich euch jetzt mal. Ja, zunächst einmal braucht man natürlich ein Eingabegerät und ich habe als allererstes an meinen Drucker-Scanner-Kopierer gedacht, denn der hat hier so eine Scan-Auflage, da könnte man die QSL-Karten einfach drauflegen und dann so einscannen. Aber das dauert sehr, sehr lange, denn der Scanner, der wandert hier hin und her. Man muss jedes Mal hier aufmachen, zumachen, dann Bedienelemente hier drücken und das dauert einfach viel zu lange, zumindest wenn man mehr als 10 QSL-Karten hat. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, die QSL-Karten einfach abzufotografieren. Ich persönlich habe dafür meine Deckenkamera genommen. Ich habe hier oben an der Decke im Studio eine Kamera montiert und die fotografiert bzw. filmt gerade nach unten. Das ist natürlich eine optimale Sache, aber sowas hat natürlich nicht jeder zur Verfügung. Wer sowas nicht zur Verfügung hat, der kann die Aufnahmen auch mit seinem Smartphone machen. Wichtig dabei ist nur, dass man hier ein solches Stativ hat und darauf eine Handyhalterung, die dann das Handy, das Smartphone in einer bestimmten Position hält, sodass sich das Bild nicht verändert, der Bildausschnitt nicht verändert. Natürlich darf sich nicht nur die Kameraposition nicht ändern, auch die Position der QSL-Karten während des Fotografierens muss immer dieselbe sein. Aus diesem Grund habe ich hier einfach so zwei Stücke Schaumstoff auf den Tisch geklebt und kann dann die QSL-Karten immer genau da hinsetzen, während ich sie fotografiere. Sowas könnt ihr aber auch machen, wenn ihr zum Beispiel mit einem Smartphone fotografiert. Dann könnt ihr euch hier an einer Wand eine Position machen, wo ihr dann zum Beispiel an der rechten oder linken Seite einen solchen Schaumstoff hinklebt und dann schiebt ihr die QSL-Karten dagegen, sodass sie da halten und dann wird einmal ausgelöst und fotografiert und dann nehmt ihr die Hilde weg und macht dann die nächste Karte. Und genauso mache ich das hier auch. Ich habe hier die QSL-Karten liegen, die fotografiert werden sollen. Ich fernsteuere die Kamera oben hier mit einer App auf dem Handy, sodass ich da oben auch nicht groß drücken muss. Und dann wird einfach nur noch hier hingelegt einmal und auf den Auslöseknopf gedrückt. Dann kommt die nächste dran und so weiter und so weiter. Und so kann ich hier sehr schnell die ganzen Karten durch fotografieren. Zu dem Prozedere noch drei, vier Anmerkungen. Zunächst einmal solltet ihr euch für eure Fotos einen Ort suchen, wo ihr eine möglichst gute und homogene Beleuchtung habt. Etwa in der Nähe eines Fensters. Auf keinen Fall solltet ihr nur mit einer Lampe das Szenario beleuchten, zum Beispiel eine Nachtiglampe, auf die eine Seite stellen. Dann ist nämlich die Seite hell und die andere Seite dunkel und das sieht dann nachher nicht so gut aus. Ja, außerdem solltet ihr die Belichtung der Fotos kontrollieren. Das geht bei vielen Kameras über den Modus M. Da könnt ihr dann die Blende, den Belichtungszeit und auch den ISO-Wert selber einstellen. Und so ist jedes Foto dann mit der gleichen Belichtung aufgenommen. Wenn ihr die Automatik anlasst, dann kann es euch passieren, dass nachher die eine QSL-Karte ein bisschen heller ist als die andere. Und das sieht dann nachher nicht so wirklich gut aus. Wenn ihr mit dem Smartphone fotografiert, dann habt ihr da meist das Problem, dass die Standard-App diese Einstellmöglichkeiten nicht bietet. Aber es gibt in dem App Store oder auch im Play Store zusätzliche Kamera-Apps, die auch einen manuellen Modus bieten. Ja, was den Bildausschnitt angeht, so solltet ihr den auf jeden Fall ein bisschen größer wählen. Denn es gibt immer mal wieder Leute, deren QSL-Karten, die sind nicht im 14 zu 9 Format, sondern ein bisschen größer. Und damit auch die eben sauber fotografiert werden können, ohne dass ihr irgendwas an der Kamera ändert, solltet ihr von vornherein den Bildausschnitt etwas größer wählen. Die Auflösung der Fotos, die muss übrigens nicht besonders groß sein. Im Gegenteil, es ist besser, wenn ihr in einer niedrigen Auflösung fotografiert. Ich habe zum Beispiel hier runtergestellt auf nur 8 Megapixel. Das reicht für QSL-Karten völlig aus. Zu guter Letzt solltet ihr euch noch einen Stift irgendwo dazu legen, denn es kann euch immer mal wieder passieren, dass ihr jemand habt, der sein Rufzeichen nicht auf der Rückseite draufstehen hat, sondern das nur auf der Vorderseite hat. Und wenn ihr nicht beide Seiten fotografieren wollt, dann könnt ihr hier auf die Rückseite, wo die QSL-Daten ja draufstehen, dann schnell noch händisch das Rufzeichen eintragen, sodass ihr das auch auf der Karte stehen habt. Und denn das braucht ihr nämlich nachher am Computer, um dort jetzt weiterzumachen. Am heimischen Computer angekommen, werden dann zunächst einmal die Fotos vom Smartphone oder vom Fotoapparat rüberkopiert und dann in einem Fotobearbeitungs- und Verwaltungsprogramm geöffnet. In meinem Fall ist das hier Adobe Lightroom. Ihr könnt aber auch kostenlose Programme wie Darktable, Raw Therapy oder Lightzone nutzen, die ich euch natürlich unten drunter in der Beschreibung des Videos verlinke. Ja, hier müssen wir zunächst einmal zwei Sachen machen. Zum einen ist das ein grundsätzliches Bearbeiten all der ganzen Fotos. Und das Schöne hier an einem solchen Programm ist, dass man nicht ein Foto bearbeiten kann, sondern auch alle gleichzeitig. Und das ist das, was ich hier mache. Ich markiere mir mal alle Fotos und dann fange ich hier mit der Bearbeitung an. Schritt Nummer eins ist zum Beispiel, dass ich hier mal die Helligkeit so ein bisschen anpasse, den Kontrast so ein bisschen anpasse. Ihr könnt noch weitere Sachen machen wie die Schärfe oder Rauschen anzupassen und, und, und. Das Wichtigste aber ist sicherlich das Zuschneiden. Und das mache ich hier oben über diese Funktion. Da kann ich jetzt bestimmen, welcher Ausschnitt hier weggeschnitten werden soll und welcher erhalten bleiben soll. Und damit das alles passend ist, wähle ich hier ein Format von 14 zu 9. Wenn das in eurem Programm nicht enthalten sein sollte, dann könnt ihr das dort sicherlich kreieren und anlegen. Ja, hier wähle ich das jetzt mal für diese eine QSL-Karte aus, setze das hier so ein bisschen an den Rand und ziehe das mal so ein bisschen größer. So bis es ungefähr passt. Das muss nicht wirklich hundertprozentig sein, denn die QSL-Karten haben ja auch am Rand immer noch so ein bisschen was, wo sie nicht bedruckt sind. Und dann können wir das hier, denke ich mal, schon ganz gut so lassen. Das passt dann so in, na, in etwa, okay. Und dann klicke ich hier einmal auf Fertig. Und da hier alle gleichzeitig bearbeitet werden, sind natürlich auch alle anderen Karten jetzt hier schon automatisch zugeschnitten. Das dauert ein bisschen, bis der hier unten durchgeht. Ja, und dann seht ihr, sind wir hier im Prinzip schon fertig, was das angeht. Wir müssen hier nur noch eine Sache machen. Wir müssen so ein bisschen darauf achten, auf die Karten, die nicht in dem Standardformat sind. Ich zeige euch das zum Beispiel mal hier an dieser Karte hier. Ja, wenn wir uns diese Karte hier mal solo anschauen, dann sehen wir, die ist nicht richtig zugeschnitten. Und das liegt uns einfach daran, dass der entsprechende OM hier keine Karte im 14 zu 9 Format verwendet und die auch ein bisschen größer ist. Deswegen schneide ich die hier einzeln manuell zu und gehe dann wieder zurück. Und so gehe ich hier durch. Hier ist noch eine Karte. Die ist ebenfalls so ein bisschen kleiner diesmal. Nicht zu groß, sondern die ist zu klein. Und dann schneide ich die ebenfalls so manuell zu. Gucke, dass es passt, dass alle wichtigen Sachen drauf sind. Und gut. Ja, das ist Schritt Nummer 1, dass man das sicherstellt, dass also wirklich alle wichtigen Daten drauf sind. Hier ist noch eine Karte, die zugeschnitten werden muss. Auch das machen wir noch schnell. Jawohl. So, da muss ich mal schauen, dass wir das hier so zuschneiden in etwa. Jawohl, das passt. Okay. Und ja, wenn das erledigt ist, dann kommt jetzt der zweite Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass man die entsprechenden QSL-Karten verschlagwortet. Dazu ändere ich mal hier die Ansicht. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich hier in die Stichwörter, in die Metadaten, bestimmte Sachen reinschreibe. Das erste, was ich dort immer reinschreibe, ist natürlich das Rufzeichen, damit ich danach gezielt suchen kann. Jetzt liegt es an euch, was ihr da zusätzlich noch reinschreibt. Ich schreibe hier noch drei Sachen rein. Das ist zum einen das Jahr. Das ist hier in diesem Fall 2019. Dann schreibe ich rein, dass es ein QSO auf dem 40-Meter-Band war. Und ich schreibe rein, dass das Ganze in FD8 passiert ist. Alle anderen Sachen lasse ich hier aus den Metadaten raus. Aber man kann sicherlich hier noch mehr reinschreiben, wie zum Beispiel ein DOK, wenn ihr das wollt. Oder eine Stadt. Oder, oder, oder. All das kann man hier reinschreiben. Aber zwingend notwendig ist das nicht. Ja, und so gehe ich durch. Und das mache ich nicht nur hier bei der einen Karte, sondern ich gehe jetzt hier der Reihe nach durch und mache das bei allen anderen auch. Ihr könnt außerdem natürlich auch den Dateinamen ändern. Hier ist jetzt ja der Standard-Dateiname. Den seht ihr hier unten. der Kamera gewählt worden. Aber auch den kann man natürlich ändern. Das heißt, auch hier könnte ich jetzt zum Beispiel den Dateinamen ändern auf den Namen des OM, auf das Callsign. So, und dann wird das unter diesem Namen gespeichert. Wenn man dann mehrere hat, dann muss man sich natürlich was einfallen lassen. Dann muss man zum Beispiel hinten dran an die nächste Karte noch so ein 1 dran machen oder ähnliches. Ja, wenn ihr dann alle Karten entsprechend zum einen zugeschnitten habt und zum anderen verschlagwortet habt, dann müssen die exportiert werden. Und dafür habe ich mir ebenfalls hier automatisch ein Batch angelegt quasi. Also ein etwas, was ich nur noch auswähle. Und dann werden alle in dem entsprechenden Format exportiert, das ich haben will. Ich zeige euch das mal gerade hier. Und zwar habe ich dafür gewählt einen eigenen Ordner, wo die dann reingespeichert werden direkt. Und die Größe hier, die ist gesetzt auf 1200 Pixel. Die lange Kante 1200 Pixel reicht völlig aus. Und ich habe hier eine JPEG-Qualität von nur 50 gewählt. Auch das reicht völlig aus. So werden die Dateien nicht zu groß und man kann bequem auf einem 16 GB großen USB-Stick zum Beispiel rund 60.000 QSL-Karten in dieser Art und Weise abspeichern. Ja, und das zeige ich euch jetzt auch nochmal, wie das dann aussieht. Hier seht ihr jetzt mal die schon fertigen QSL-Karten. Und das sind noch nicht allzu viele, weil ich gerade erst mit dem Digitalisieren angefangen habe und euch quasi direkt mitgenommen habe. Aber ihr seht auch, wenn ich mal hier zum Beispiel einfach mal eine auswähle. Das hier ist diese Größe. 1200 Pixel breit ist die Karte jetzt hier. Und das reicht vollkommen aus von der Größe her. Im Original, wenn ich das so auf Originalgröße ziehe, dann wäre die vielleicht in etwa so groß. Also das ist etwas größer als das gedruckte Original und reicht natürlich vollkommen aus. Ja, ihr seht auch, wenn ich mal hier so ein bisschen drüber gehe, dass die Karte hier 163 KB nur groß ist. Und beziehungsweise, wenn wir mal hier alle 113 Karten uns, oder 112 Karten uns anschauen, dann sind das gerade mal 16 Megabyte. Also verschwindend gering für 1000 Karten wären das 160 Megabyte. Und auf über einen Gigabyte kämen wir erst bei über 10.000 Karten. Also da kann man wirklich sehr viele Karten dann hier so speichern. Das Schöne ist auch, dadurch, dass jetzt hier alles verschlagwortet ist, kann ich zum Beispiel hier oben auch nach diesen Schlagwörtern suchen. Zum Beispiel einfach mal nach SSB und dann zeigt er mir hier alle QSL Karten an, die ich in SSB bekommen habe. Oder ich kann suchen nach 80 Meter zum Beispiel und dann zeigt er mir an, das sind die QSL Karten, die ich in 80 Meter gemacht habe. Man kann das auch kombinieren, zum Beispiel 80 Meter SSB und das Ganze noch 2017. So und dann seht ihr schon, so kann man das hier wirklich herunterbrechen auf wenige Karten. Und die Karten, die man dann für ein Diplom benötigt, auch sehr schnell und einfach finden, wenn man das nicht im Logbuch sowieso schon macht. Soweit mein Video zum Thema Digitalisieren von QSL Karten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch vielleicht so ein bisschen helfen. Und falls ja, dann freue ich mich wie immer über eure Kommentare hier unten drunter. Gerne könnt ihr mir da auch einen Daumen nach oben dalassen, das würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter euren Funk-Kollegen in euren Ortsverbänden, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen. Und vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr eben auch über die kommenden Videos von mir informiert werdet. Ja, von mir zum Abschluss wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich habe jetzt noch eine ganze Menge QSL Karten vor mir. Also los geht's. Und ich habe jetzt noch eine ganze Menge QSL Karten vor mir.